Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum Arammeln. Dabei ist der Nico und der Manu, der hier unflätige Wörter in den Mund nimmt. Was? Ihr habt doch nicht gehört. Manu, du sollst doch solche dreckigen Sachen nicht in den Mund nehmen. Nein, ich hab die Zuschauer nicht gehört. Nein, ich hab die Zuschauer nicht. Oh Mann. Der ist Afka. Oh, bleib doch mal ruhig. WTF? Äh, ich hab keine Ahnung, was ich mehr holen soll. So nicht, ich hab das mal auf. Ganz ehrlich, ja, was willst du hier großartig holen gegen das Team? Ich meine diesen... Äh, Fürstblatt. Ja. Läuft. Alles klar. Ich bleib einfach in der Base, ihr macht das schon, ne? Weiterhin hab ich mit die Führigkeiten, ich verballer mir ganze Mana innerhalb von der kurzen Zeit. Nop. Achso, das war ja mein Stun jetzt. Na, ich bin drauf und dran, dass die Kuh das... Egal. Ich muss mich da erstmal reinfuchsen. Na, schade. Ich dachte, ich krieg ihn noch. Ein Windchen. Ich will immer meine Kuh, äh, als... Was? Oh, ich hab den TF getroffen. Ah. Ne, äh, ich war grad drauf und dran auf den Blitzcrank zu springen, aber... Das wollte der nicht. Huch. Sicher, sicher. Huch. 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 wieder mal ich habe nicht gepusht ich bin zurückgegangen also das wollte ich ich will da eh ne pushen oder weißt deswegen wo dem deutsches dem deutsches kein deutsches ist erfolgen ohne juni junge junge da kann noch wissen und ein du siehst mich nicht es geht ja keine ahnung wie man leona spielt aber ihr macht das schon ich ein lacker habe ich den twisted karten ausmache was da los ja es geht voll gar nicht klar ja gut und solche schuhe und der ägide können wir uns auch holen warum nicht ich habe gehört dass so sinnvoll sein das erste licht dämmert hat sie gesagt licht dämmert dämmert ja auch gleich jene ach der jurik ist ja auf unserer seite das wollen ja die kassio per äh getradet hat vom arsch so genug gedenkt gut gedankt nein zu viel gedankt verflixt ja sagste es ist so läuft aber eigentlich gar nicht mal so kacke Wir haben euch den Poke of Doom, ne? Den Poke of Doom? Den Poke of Doom from hell, Junge. Den Poke of Doom from hell, Junge. Junge! Du, 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 du. Oh, ich geh da mal. Oh, oh, oh. Da hat das wenigstens einer den Tower verteidigt. Hä? Was? Eng bisschen. Ich hab Angst, eng. Ihr Soffen? Oh, Mann, ey. Das ist so doof. Vollschnittsholen? Mist, ich hab's vergessen. Oh mein Gott. Ach, hier. Ja, bei fast allen dran gewesen. Schön. Ah, Leona, geht doch ganz gut ab. Hätte ich nicht gedacht. So, was startet ihr, wenn ich nicht da bin? Seid ihr frückt? Frückt? Wir sind total frückt. Da frückt? Frückt sind wir. Frückt. Mein Healding. So, da frückt sind sie. Nöp. Nöp. Oh, ihr habt einen Tower zerstört. Danke für diese hilfreiche Information, liebe Ansagerin. Weißt du, ich hatte nix, wo ich hinrennen konnte. Bleib einfach stehen. Funktioniert. Ja. Ha. Nöp. Ob ich ja alles deutsche Junge? Dodge Meister. Habt Angst vor meiner Puff-Platz-Säule. Nöp. 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 Das ist einfach furchtbar. Na. Es wird nicht gut gehen. Das bleibt etwas. Einmal sich allen führt oder mal zu erfolgen. den Ball kommt mir nicht und dann es nicht weiter zu eingeladen. Nur ein paar Güter, muss ich schmuiert. 行oken. Der Gam,ingt dann es eine wirkliche Sergio. Commerce. Nein, da war noch einer. Ein Hit kam noch. Scheiße. Wie, Ass? Ah, ist noch wieder welche da? Wie, kein Ass. Wie, da ist noch... Oh, lol. Einfach aus dem Krabbel wieder weggesprungen. Ey, muss ich sagen, das war schon ziemlich geil. Das hat es da, ja. Mir geht es meistens so, ich springe weg, der krabbelt mich und zieht mich dann noch von dreimal so weit wieder zurück. Aber Respekt. Der Tower Down, ist ja nett. Jetzt habe ich so viel Gold übrig. Wohin damit? Oh, die Tristana. Ich mache ihre Sache ja nicht mal schlecht. Der Tower Dull. Der Eindruck wird da. Gehe Zorn. Wah, bill τι? Der Eindruck hat пуhe wir ihn von irgendjuhn im Handbooken. Ja, nice, ne? Also das war grad Trickplayer, da sind sie mir hinterher geflitzt. Nice. Schade. Ja, gut, aber es ist auch mal schön, dass man sowas auch mal machen kann, das so. Aber gut, dann nehm ich mir das, dankeschön. Bitteschön. Aber ein bisschen Mana und Munkel, das könnte auch mal doll sein. Mana, Mana. Oh, der wird sich bock. Er macht aber noch nicht, jetzt bohrtet er sich. Und da war ich dran. Oh, die Tristan hat auch ein Mail, ey. Wie die immer überlebt. Eine Mail, Tristana. Ich dachte, ich nehm den mal mit. Ey. Oh, die Tower. Lass mich am Leben. Na, stimmt, da hat mich der Wurik geholt. Hm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was kann man denn noch Schönes holen? So was hier. So was. So was. So gut. So, dann wollte ich mir das ja noch verspauen. Egal. Okay, ich glaube, wir kommen eh nicht mehr dazu noch irgendwas zu bauen, daher. Ah, Nico, du machst das schon, ne? Ja. Ja. Piu. 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 Läuft auf jeden Fall. Piu. Also, Leona wär auch nochmal ein Kaufwert, sagste. Also, es hat... Ja, vielleicht war es bloß die Teamzusammenstellung, aber das hat gut gepasst. Ja. Ich hatte eigentlich Angst vor dem Doppelhook von Trash und Blitzcrank, aber... Dacht ich, ja. Aber es hat sich doch anders rausgestellt, als man denkt. Also, aufgeben ist im Arab manchmal nicht unbedingt die Bedingung, wenn es scheiße aussieht. Man sieht ja, es kommt auch irgendwie cool raus. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Arammeln. Horts rein! eine bodemlose